Wut mach's gut. So heißt der Titel dieser Folge und so heißt der Titel meines aktuellen Programmes, in dem ich dir zeige, wie du die Wutanfälle deines Kindes gelassen meisterst. Das ist auch das Thema dieser Folge. Also ich möchte dir erzählen, was dich in dem Programm erwartet, für wen es ist und was meine Absicht mit dem Programm ist. Wir starten am 25. April mit den Preworks. Was Preworks sind, erfährst du auch gleich. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Hent und ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung, die Beziehung zu ihrem Kind zu verstärken, zu verändern. Das tue ich hier in Einzelsitzungen in Köln in meiner Praxis oder online. Das tue ich in Kursen und Programmen wie dem Programm Wut mach's gut. Gut, darum geht es heute. Ja, ich bin ein bisschen aus der Spur, könnte man sagen, weil ich das gar nicht so gewohnt bin, diese Solo-Folgen. Und ich diesmal auch noch mein Bild aufnehme. Ich bin ganz ehrlich verwirrt. Ich werde das jetzt mal hier ein bisschen verändern, wenn ich mich sehe, während ich da quatsche. Das irritiert mich ein bisschen. Ja, du siehst, es geht hier authentisch zu. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und wenn ich einen Podcast aufnehme, dann nehme ich eine bestimmte Rolle manchmal ein, wenn ich Menschen begleite. Und das ist auch völlig legitim. Aber ich möchte mich hier auch mal gerade so zeigen, wie es unperfekt ist. Oft schneide ich diese Dinge raus, wenn ich so Solo-Aufnahmen mache. In dem Fall bleibt es drin. Du kannst jetzt auch gerne mein Gestotter als Video ansehen. Es gibt das Video auf meiner Webseite christopher-end.de. Übrigens, auf der Webseite findest du auch alle meine anderen Angebote. Ich biete dir auch manchmal Seminare an vor Ort. Zum Beispiel am 4. und 5. Mai das Seminar in Verbindung. Wenn dich das interessiert, schau mal auf meiner Webseite. Mache ich mit der lieben Katharina zusammen. Da geht es um die Methode des Freispiels. Und wie du über das Freispiel, über die Verbindung mit dir selbst, die Dinge in deinem Leben zum Guten wenden kannst. Alles das und viel mehr. Ich bin wirklich, wirklich ein wenig irritiert. Also lass dich davon nicht abschrecken. Also, das war die Einleitung. Jetzt zum Programm, zum Thema dieser Folge. Das ist das Programm Wut, mach's gut. Für wen ist dieses Programm gedacht, geeignet? Es geht um die große Wut deines Kindes. Es geht um Wutanfälle und auch andere große Gefühle. Wir haben oft die Wut so als herausforderndes Gefühl. Gerade bei Kindern vor Augen. Aber es gibt auch andere Gefühle, die uns herausfordern bei Kindern. Ganz vorne ist die Angst dabei. Und es gibt aber auch, wenn du ein gefühlsstarkes Kind hast zum Beispiel. Und ein Kind aus dem neurodivergenten Spektrum. Kann auch Gefühle wie Freude sehr herausfordernd sein für die Menschen, die dich begleiten dürfen. Also ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben ein gefühlsstarkes Kind. Also Wutanfälle von einer Stunde. Und das weit über die Autonomie-Phase hinaus. Also ich war da. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe einen Weg gefunden, auch damit umzugehen. Und diesen Weg gehe ich weiter hier in dem Programm, aber auch an vielen anderen Stellen. Das ist aus meiner eigenen Erfahrung gespeist. Das ist aus meiner beruflichen Erfahrung, aus dem Coaching und therapeutischen Tools, die ich gelernt habe, gespeist. Das ist aus meiner humanistischen Haltung gespeist. Ja. Es richtet sich an Eltern. Das ist mir ganz wichtig. Ich arbeite mit Eltern, nicht mit den Kindern. Kommen wir gleich auch nochmal drauf, wieso mir das so wichtig ist. Was so Hinweise sein könnten, dass das Programm, was für dich ist, ist, wenn du es anders machen möchtest als deine Eltern. Und dann merkst du, wie diese alten Sätze, diese alten Gedanken wiederkommen. Und du plötzlich vielleicht sogar dich so einen Satz sprechen hörst, von dem du dir eigentlich geschworen hast, ihn nie zu sagen. Kannst du das? Klingelt da was? Oder du möchtest eigentlich beziehungsorientiert erziehen oder ein Kind begleiten, aber es klappt nicht. Und dabei hast du so viel gelesen und es funktioniert nicht. Oder du glaubst, dass es schlicht für dich keine Lösung gibt, für euch, für dich und dein Kind. Und vielleicht denkst du, dass dein Kind, dass das mit dem an dem Kind liegt und es deswegen unmöglich ist, das irgendwie beziehungsorientiert zu begleiten. Oder du denkst, dass du das nicht kannst. Dass dir irgendetwas fehlt grundsätzlich, dass du das nicht kannst. Vielleicht plagen dich da auch Schuldgefühle. Oder du denkst, wir haben versagt. Oder du denkst, dein Mann, deine Frau ist schuld, deine Eltern, die Gesellschaft, wer auch immer. Also das kann sein, dass du von Gefühlen selbst überschwemmt wirst, während du im Kontakt bist mit deinem Kind, das so wütend ist. Und dann kannst du nicht mehr so handeln, wie du möchtest. Ganz logisch ist, glaube ich, dass viele dann beginnen, an diesem Weg zu zweifeln. Also in diesen drei Bs nenne ich das immer. Also Beziehungsbedürfnis und Bindungsorientiert, die drei Bs. Und so verständlich, wenn wir dann anfangen zu zweifeln. Wir haben das alles gelesen, wir versuchen das. Und andere können das ja anscheinend auch. Und dann merken wir, es geht nicht. Also wenn du da überlegst, aufzugeben, vielleicht so Gedanken hast, ach, soll man es doch nicht lieber mit autoritärer Erziehung versuchen, also hart durchgreifen. Oder jemand anders trägt das an dich heran. Sagt, Partner, Partnerin, du, das geht so nicht. Wir müssen aber hierher. Oder deine Eltern, Schwiegereltern. Das sind so beliebte Stellen, von denen das kommen kann. Davon lass dich bitte nicht ins Boxhorn jagen. Das sind alles Hinweise darauf, dass du hier gut aufgehoben bist. Was häufig, sehr, sehr häufig damit einhergeht, ist eine große Erschöpfung, ja. Oder einfach dieses Gefühl, ich kann nicht mehr. Ganz häufig auch vergleichen. Also dass du denkst, war XYZ kann das doch. Meine Freundin, Nachbarin kann das doch so gut. Meine Schwester, wer auch immer. Ja. Mein Mann, meine Frau, also vergleichen. Und du ziehst dabei den Kürzeren, das geht für dich schlecht aus. Und häufig mit einer Scham verbunden. Ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich habe das teilweise selbst erlebt. Und vor allem, weil ich es bei vielen Menschen gesehen, die ich begleiten durfte. Ich weiß, wie belastend das ist. Weil, das geht zu tief. Aus mehreren Gründen. Wir wissen mittlerweile, ja. Also wenn du hier zuhörst, weißt du, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weißt du, wie wichtig diese ersten Jahre für unsere persönliche Entwicklung sind. Wie prägend das ist. Wie die Erfahrung, wie Menschen mit uns umgehen. Und das sind vor allem die nächsten Bezugspersonen. Also Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern. Und dann weiterer Kreis, Großeltern, Nachbarn, Erzieherinnen, Lehrerinnen und so. Diese Erfahrung ist so, geht so tief. Und aus diesem Wissen heraus, das macht jetzt Verschiedenes mit uns. Zum einen wollen wir natürlich das nicht so machen. Wir wollen das Beste für unser Kind, ist ja klar. Dann spielt aber auch, was wir rein, dass das quasi wie so ein neugesellschaftlicher Standard ist. Und dem wollen wir entsprechen. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen dem entsprechen. Und wenn wir merken, dass wir das nicht schaffen, dann schlägt dieses soziale Gefühl Schuld und Scham an. Hat eigentlich was Gutes, weil es uns auf den Weg, auf den Pfad zurückbringen kann. Oft ist es aber lähmend, dieses Gefühl. Und dann ist es nicht mehr hilfreich. Dann brauchst du was anderes. Und es kann auch berührt sein, dass du denkst, also dass was Unbewusstes passiert, weil du das so erlebt hast, wie übergriffig, wie verletzend das war, diese Art, diese harte Weise, diese abweisende oder abwesende Art der Begleitung. Und das willst du bewusst oder unbewusst, willst du das nicht mehr machen. Und sobald du in diese Nähe kommst von dem, wie es war, macht das was mit dir. Deswegen arbeiten wir in diesem Programm auch an diesen Themen Gefühle und eigene Bedürfnisse. Weil das so wichtig ist und eigene Grenzen. Also, was ich dir sagen möchte, ich weiß auch, dass es anders geht. Ich weiß, es gibt einen Weg hinaus. Ich bin den gegangen, ich gehe ihn immer noch und ich habe bei so vielen Menschen gesehen, dass sie das schaffen können. Deswegen bin ich überzeugt, das geht und du kannst es auch. Mir ist das heute Morgen nochmal klar geworden, was ich ein Glück habe. Wir haben zwei Kinder, die sind jetzt wirklich groß. Das eine Kind macht gerade sein Abitur. Und es erfüllt mich so mit Stolz, wenn ich das Kind sehe. Ich bin so im Vertrauen zu das Sein, weil ich sehe, dass die beiden ihren Weg gehen. Die sind total empathisch. Die wissen genau, was sie wollen. Die haben eine Energie. Die können ihre Grenzen wahren. Und wir alle sind so unglaublich eng. Wenn ich das sage, das ist eine Mischung aus Dankbarkeit, Demut und Stolz. Und ja, das hat viele Bestandteile. Anlage, das, was ich aus meiner Ursprungsfamilie mitbekommen habe, das, was meine Frau mitbekommen hat. Ja, das hat was mit Glück zu tun, ja. Aber es hat halt auch den Bestandteil der Begleitung. Und das, was ich reingegeben habe. Und das war nicht wenig, kann ich dir sagen, ja. Also, ich habe wirklich, wirklich gut hingeschaut bei mir. Und ich habe einiges gelernt. Und ich habe verdammt viel Geld in Fortbildung investiert. Und das tue ich immer noch. Mit Leidenschaft gebe ich Geld aus für Fortbildung, für Coachings, für das Lernen, weil ich das so, so liebe. Und mittlerweile kann ich mich da reingeben in ein Vertrauen, weil ich einfach weiß, dass das für mich ist. Wenn du an diesem Punkt noch nicht bist, keine Sorge, ja. Du musst nicht 10.000 Ausbildungen machen, ja. Ich zeige dir hier in diesem Programm, ja, wie du das in einem überschaubaren Zeitraum, du eine Veränderung in deiner Familie anstoßen kannst. Was mir wichtig ist, sind, was du mitbringst. Ich habe quasi zwei Voraussetzungen dafür, für die Menschen, die ich begleite. Das eine ist eine Bereitschaft, dir was bei dir anzuschauen. Und das zweite ist die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren. Das sind meine einzigen Voraussetzungen. Ich sage an der Stelle auch, für wen es nicht ist, wenn du eine schnelle Lösung möchtest, bei der es nur darum geht, dein Kind zu verändern, dann bist du hier nicht an der richtigen Stelle, ja. Wenn du keine Lust hast, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, und das kann unangenehm werden, ja, aber wir möchten es nicht, dass es unaushaltsam wird, ja. Unangenehm ist okay, ja. Das gehört dazu zum Wachstum, ja. Und ich bin da, ich bin an deiner Seite, okay. Aber wenn du gar keine Lust hast, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, wenn das die anderen immer schuld sind, die anderen müssen sich ändern, dann bin ich auch der Falsche leider, ne. Also, du bringst mit die Bereitschaft, dir was anzuschauen und die Bereitschaft, dir was auszuprobieren, und dann gucken wir, dass es eine wirklich, wirklich gute Zeit für uns alle wird. Wenn du bereit bist hinzuschauen, dann bin ich für dich da. Dann freue ich mich wirklich auf dich, weil es so eine wunderbare Erfahrung ist zu sehen, für uns beide, wenn Menschen in ihre Kraft kommen. Ich habe ein Ziel, eine Intention, eine Absicht mit diesem Programm. Mal gerade einen Schluck trinken. Jetzt kann ich ja nicht, weil ich hier das Video laufen habe, einfach auf den Stopp, auf die Stopptaste drücken. Also, meine Intention, ich will dich in deine Selbstermächtigung bringen und dich dabei begleiten, dass du deine Lösung findest für deine Familie. Ja, wirklich mein Wunsch ist, dass du in deine Kraft kommst. Ich bin glücklich, wenn du am Ende dastehst und kannst die Wut deines Kindes halten und strahlst dabei. Ja, nicht, weil jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern weil du über dich hinausgewachsen bist. Du hast dann, wenn alles gut läuft, einen realistischen Blick, realistischer Rennblick auf dich und dein Kind. Das heißt, Stichwort Perfektionismus und gute Mutter und so ein Käse. Du hast Verständnis für dich, eine Freundlichkeit für dich und dein Kind. Mein Anliegen ist es, meine ganze Arbeit, dass du das als Erfahrung machst, dass du es fühlst und nicht nur weißt. Ich betone das so, weil es ein himmelweiter Unterschied ist, ob du etwas liest, ob du etwas verstehst mit dem Verstand oder ob du es begreifst und ob es sich wirklich ganzheitlich in dich hineinsetzt. Okay? Das ist das, was mein Ziel ist, was mein Anspruch auch ist. Wissen ist die Grundlage, auf jeden Fall. Und bekommst du auch von mir, gar keine Frage. Aber mir geht es um eine Haltung. Und dafür nehmen wir uns Zeit. Es gibt bestimmte Dinge, die helfen, dass wir lernen. Und die habe ich in dieses Programm eingebaut. Also Wissen, Methoden, Tools, bekommst du alles. Aber am Ende ist das zweitrangig. Meine Intention ist, dass du es fühlst. Wenn du so eine Haltung hast, eine innere, dann kommt das aus dir heraus. Und nicht, das sind dann keine auswendig gelernten Sätze, sondern es sind deine Sätze. Und das betone ich nochmal, das ist mir so, so wichtig, der Unterschied. Vielleicht ein Beispiel. Ich hatte diese Woche einen Vater in der Beratung. Und der hatte das Thema Zweifel und Unsicherheit. Jetzt nicht erschrecken, ich gieß mir noch einen Tee ein. Und ich denke, ich gehe auf Toilette, weil es so plätschert. Ich brauche mal einen Schluck grünen Tee. Also, der Vater, der in der Begleitung war, hatte das Thema Zweifel und Unsicherheit bezüglich seiner eigenen Vaterschaft. Der sagte mir dann sowas wie, ganz ehrlich, Christopher, ich will das nicht und ich kann das auch nicht. Die ganze Zeit so auf mein Kind fokussiert sein und immer mit dem zu spielen und zu kipfeln und zu lachen und zu toben. Ich kann das nicht. Das bin ich gar nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, was kannst du denn? Oder wo geht es dir gut? Er sagte, eigentlich, wenn ich da bin und beobachte. Und dann eingreife, wenn das Kind mich braucht. Und ich dachte mir, was ein Geschenk. Was ein Geschenk. Auf so vielen Ebenen. Stell dir das doch mal vor. Da ist ein Papa und der gibt dir die Sicherheit. Der ist einfach für dich da. Und du, das Kind, darf sich jetzt freien Verhalten. Das darf tun, was es möchte. Und es hat die Sicherheit. Es wird gesehen, jemand guckt zu, schaut zu, freut sich vielleicht sogar mit, wenn das Kind was entdeckt. Und die Sicherheit ist da, wenn das was gebraucht wird. Dann greift Papa ein. So, so wertvoll. Und wenn der Vater das so macht, kriegt das Kind noch ein weiteres Geschenk mit. Es hat plötzlich einen authentischen Vater. Kannst du dir vorstellen, mit was für einer Leichtigkeit er das macht. Als wenn er denkt, er müsste die ganze Zeit sein Kind kitzeln und mit dem irgendwelche Scherze machen oder sonst was machen oder Putzelbäume machen. Wenn du das tust, was deins ist, dann kannst du das in einer Leichtigkeit tun. Weil es deins ist. Du musst dich nicht verstellen. So, jetzt muss ich nochmal einen Schluck nehmen, weil wenn ich mich in Rage rede, dann kriege ich keine Luft mehr. Also, das ist wirklich ein großer, großer Game Changer, wenn du das tust, was deins ist. Okay? Es geht mir darum, dass du deinen Weg findest. Deinen Weg. Das bringt dich in deine Kraft, dass diese Leichtigkeit damit verbunden ist. Du musst dich nicht verstellen. Und das bringt natürlich, wenn du deinen Weg gehst, bringt es dich in deine Kraft, in dein Selbstvertrauen. Dann weißt du, dass das stimmig ist und was nicht stimmig ist. Und es kann dir auch keiner nehmen. Es kann dir auch keiner sagen, dass es falsch ist. Es ist ja deins. Wie kommen wir da hin? Also, Wissen. Ich bin nicht gegen Wissen. Ich habe ja auch ein kleines Buch geschrieben. Eltern, als Weg, falls du es noch nicht kennst. Empfehlung. Das ist auch eine kleine Möglichkeit, sich selbst zu erforschen. Passt auch gut zum Kurs. Wir machen auch Dinge, die ähnlich sind wie im Buch. Ähnlich, sage ich. Nicht gleich. Machen wir auch. Also, Wissen ist die Grundlage. Im Kurs, im Programm, kriegst du das in leicht verständlichen Videos. Und Achtung, das ist jetzt neu bei diesem Programm diesmal. Diese Videos mache ich live. Du kannst, wenn du möchtest, da zukommen und mir über die Schulter schaut. Ja, das. Und Fragen stellen. Das kommt gleich nochmal. Also, es gibt leicht verständliche Videos. Mir ganz wichtig. Ja. Das soll leicht und unterhaltsam sein. Okay? Weil ich kriege die Krise, wenn ich so Bücher lese, die so kompliziert sind. Und dann steige ich aus. Okay. Wollen wir nicht, ja? Dann kriegst du Methoden an die Hand. Grob. Wie beruhige ich mich selbst? Das ist das ganze Entspannungsgedöns. Wie beruhige ich mein Kind? Wie begleite ich mein Kind? Wie kläre ich Konflikte? Okay. Das sind Methoden, die du bekommst. Du lernst, dein Kind zu verstehen. Du lernst, dich zu verstehen. Ja. Und wir schauen bei dir, wenn du möchtest, hin. Im Coaching. Wir schauen hin. Wo ist dein Wunderpunkt? Ja. Wo ist dein Stolperstein? Und was braucht es, damit du den wegkicken oder drüberklettern kannst? Ja. Das ist wirklich. Das kann. Wir können uns. Da ist Raum für alles, was du mitbringen willst. Was hilfreich ist, ja? Ist, dass du übst. Und dafür, damit du sicher wirst. Deswegen ist das so eine verdammt lange Zeit, zwei Wochen. Ja, manche sagen, ah, Christopher, es gibt aber auch so einen Selbstlernkurs. Ja. Der irgendwie vier Teile hat und eine Woche lang ist. Kann auch super sein. Ich nehme mir gern die Zeit von fast drei Monaten, damit du üben kannst in Ruhe. Damit du auch Fehler machen kannst. Ja. Damit wir uns die Fehler anschauen können. Damit du aus deinen Fehlern lernen kannst. Und die anderen auch. Dafür brauchen wir Zeit. Und die nehmen wir uns. Üben. Verständnis für dich. Wie lernst du das Verständnis für dich? Indem du das bei jemandem siehst und erfährst. Und das bin ich. Ich bin dein verständnisvoller, freundlicher Spiegel. Und dann kannst du lernen, wie das ist, wenn jemand mit verständnisvollen Augen auf dich schaut. Auch da wieder die Zeit, das anzunehmen und zu integrieren. Damit du in deine Stärke kommst. Und das braucht wirklich, wie gesagt, ausprobieren, hinfallen, Krönchen richten und so weiter. Diese lange, lange Zeit. Und während dieser Zeit hast du aber einen Anker, eine Anlaufstelle. Das ist die Gruppe und das bin ich. Der Kern von diesem ganzen Programm sind die Live-Coachings. Alle zwei Wochen ungefähr. Da arbeiten wir, wie gesagt, da üben wir, da gucken wir, wer möchte, gucken wir uns die Stolpersteine an, können wir Deep Dives machen, wenn du möchtest. Ich liebe das. Ich liebe das so, weil es so wertvoll ist, wenn du was in dir lösen kannst. Wenn du es verstehst, wieso tickst du so, wie du tickst. Und plötzlich das anders spüren kannst. Und das plötzlich merkst, oh wow, da, im Wutanfall bin ich immer so hilflos geworden. Aber es hat gar nichts mit dem Kind zu tun, es hat was mit meiner Geschichte zu tun. Und jetzt ist es mir bewusst, ich merke zwar, die Hilflosigkeit kommt, aber sie erwischt mich nicht mehr. Ich kann jetzt da bleiben für mein Kind. Ich liebe das, wenn diese Shifts kommen. Dann gibt es diese inhaltlichen Videos, ich habe das gesagt, das ist neu in diesem Programm, in diesem Durchlauf. Wir machen das live. Da musst du nicht dabei sein, kannst du, wenn das passt. Die Live-Coachings, diese sechs großen Live-Coachings sind immer donnerstags abends. Die Termine stehen auf der Webseite. Die empfehle ich dir, lege ich dir ans Herz, sei dabei. Versuch alles, dass du da dabei sein kannst. Das ist da, wo die Magie passiert. Okay, wir starten am 25.04. Also nächste Woche Donnerstag geht es los. Mit den Pre-Works. Das ist eine Woche Einstimmung. Da kriegst du ein paar inhaltliche, also vorbereitende Infos, Videos. Okay? Da machen wir derzeit auch die Start-Coachings. Das sind 1-zu-1-Sitzungen mit jedem Teilnehmer. Damit ich weiß, wo du stehst. Das ist mir so wichtig. Das ist auch neu. Ich mache mit jedem von euch ein Onboarding. Eine Stunde lang. Okay? Damit ich weiß, wo du stehst. Was du dir wünschst, wo du hinkommen möchtest. Damit ich das auf dem Schirm habe. Okay? Okay? So, so wertvoll. Und dann bin ich zwölf Wochen an deiner Seite. Live-Coaching erstes, 2. Mai. Dann kriegst du die ganze Zeit, vor allem am Anfang, viele Videos. So, oder sagen wir, am Ende geht es nicht darum, immer neue Infos zu bekommen, sondern die Dinge dann auch umzusetzen. Okay? So ist das aufgebaut. Anfangsinformation und dann mehr und mehr Raum, das auszuprobieren. Und ich bin aber für dich da. Jedes Video, jedes Video von diesen inhaltlichen Inputs gibt es auch als Audio. Also, damit du das unterwegs hören kannst. Ja? Ich finde das, ich liebe das, wenn mir jemand das gibt, weil ich so ein paar Sachen gemacht habe, die waren großartig, aber es war immer mit Video. Aber ich bin unterwegs, ich bin im Auto, ich jogge, ich mache keine Ahnung was. Und wenn ich das dann hören kann, finde ich das großartig. Deswegen gibt es die Videos, die Input-Videos als Audios. Es gibt optionale Arbeitsblätter, das sind Übungen, wenn du mein Buch kennst, kennst du solche Übungen. Ein bisschen andere Übungen natürlich auf den Wut, auf das Projekt Wut abgerichtet, abgestimmt. Also, das werden Übungen sein, die kannst du machen, wenn du möchtest. Du lernst Entspannungstechniken. Ich gebe dir Meditationen an die Hand. Wunderbar. Die sind so spielerisch, so leicht für alle, die sagen, ich kann nicht meditieren. Ich habe Meditationen, die sind bewegte Meditationen, die sind spielerisch. Lass dich überraschen. Du hast die ganzen zwölf Wochen, kannst du mich über die Kursplattform erreichen, kannst mir jederzeit deine Fragen reinposten und ich beantworte die. Ganz wichtig, das ist eine persönliche Begleitung. Also zwölf Wochen lang und wir sind maximal zehn Leute in dieser Gruppe. Für Eltern ist das ein Zugang. Also es ist egal, ob du da alleine oder mit deiner Partner, Partnerin teilnimmst. Das ist auch neu. Und wie gesagt, zwölf Wochen, fast drei Monate, das ist mir so, so wichtig, damit die Veränderung lebbar und spürbar wird. Okay? Und jetzt habe ich mir noch zwei Sachen ausgedacht. Also einmal, hast du vielleicht mitbekommen, es gibt noch dieses wunderbare Wochenende in Verbindung mit der lieben Katharina am 1. Mai-Wochenende, 4. bis 5. Mai in Schwalmstadt. Das ist in Hessen für mich, die alles täuscht. Ich war da auch noch nicht. Also, dieses Wochenende, wenn du da auch Interesse hast, dann schreib mir, es gibt ein Package. Wut mach's gut, plus das Wochenende in Verbindung. Gibt's einen Special Preis. Okay? Den kriegst du aber nur, wenn du mir schreibst. Zweite Möglichkeit, du sagst, ey Christopher, ich brauche doch noch mehr Einzelsitzungen. Ja? Schreib mir auch. Da gibt's auch ein Package. Das heißt, du kriegst das Programm plus sechs Einzelsitzungen zu einem besonderen Preis. Ja? Das ist jeweils mit einem Rabatt versehen. Aber da habe ich jetzt nichts auf der Webseite zum Anklicken einfach so, sondern du buchst dir das Programm. Wut mach's gut. Wie gesagt, da gibt's nur zehn Plätze. Also, wenn du dabei sein willst, beeil dich gerne. Und ich mache das Programm auch nur dieses Jahr jetzt. Ja? Dann musst du warten bis zum nächsten Jahr. Und wenn es bei dir brennt, wirklich, ganz ehrlich, schau gut hin, ob sich das lohnt, ein Jahr zu warten. Wir als Erwachsene können ein Jahr warten. Ja. Für ein Kind ist ein Jahr eine Ewigkeit. Und ich mache auf eine Weise das groß, wenn ich das so sage. Das weiß ich. Aber du kannst mir vertrauen. Wenn du unsicher bist, frag mich gerne. Ich habe letztens erst eine gute Klientin von mir, eine Kundin, die ich wirklich schon lange begleite, sehr intensiv. Die hatte mich gefragt, Christopher, ich würde das gut, mach's gut, gern machen. Und dann habe ich ihr gesagt, nein. Also, ich sehe es gerade nicht, dass du es brauchst. Du machst es so gut. Ich sehe Folgendes, ja. Und ich habe ihr zwei Optionen genannt, wie sie mit mir zusammenarbeiten kann. Und eine davon war sogar kostenlos, weil sie bei mir in einem Seminar assistieren konnte, weil sie in der Fortbildung war. Ja? Ich will dir nicht um alles in der Welt was verkaufen. Ja? Das ist nicht meine Absicht. Aber wenn du merkst, dass das ein Thema für euch ist, das irgendjemand von euch in der Familie belastet, vor allem dein Kind, dann sei es dir wert und sei es deinem Kind wert, dich darum zu kümmern. Also, du schreibst mir einfach, wenn du eins von diesen Optionen haben willst, also Wutmachsgut plus Wochenende in Verbindung oder Wutmachsgut plus sechs Einzelsitzungen. Ansonsten buch dir einfach Wutmachsgut direkt. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und hast einen von den zehn Plätzen. Ich freue mich. Ich muss noch einen Schluck, bevor ich die Abschlussrede halte, einen Schluck Tee trinken. Also, ich freue mich. Ich bin wirklich, wirklich aufgeregt, wer da kommt. Was ihr mitbringt, was du mitbringst und was wir dann gemeinsam shiften, was du veränderst in deinem, in eurem Familienleben. Das ist so berührend für mich, diese Veränderung mitzuerleben. Ja? Und ich liebe das, das zu spiegeln, damit du es spürst, damit du es wirklich mit allen Fasern deines Seidens spürst. Ey, krass, ich habe das geschafft. Ich habe es echt gerockt. Das ist so wirklich mein, da geht mein Herz auf und deswegen mache ich das. Das ist so wertvoll, wenn du in deiner Familie was veränderst. Diesen Kreis ein Stück weit veränderst. Am Ende, das ist mein Wunsch, kannst du sagen, Wut machst gut. Nicht, weil die Wut jetzt weg ist oder du die Wut weggemacht hast, sondern weil du siehst, wofür die Wut gut ist. Weil du jetzt weißt, wofür die Wut gut ist. Weil du jetzt weißt, wie du dein Kind und dich begleiten kannst. Und weil du es jetzt gut machst, so wie es gut für dich ist und wie es gut für dein Kind ist. Ich wünsche dir alles Liebe und einen wundervollen Start in diesen Tag. Hab ein wunderbares Wochenende und danke, dass du eingeschaltet hast, dass du hier deine Zeit gelassen hast. Ja, so, so wertvoll, weil das zeigt ja, wie sehr dir diese Verbindung zu deinem Kind am Herzen liegt. Und ich finde, das ist ein großes Dankeschön wert. Alles Liebe dir. Vielen Dank.